agent hier weiter so ähnlich sieht sehr ähnlich aus heißt was er nicht ist aber nicht okay krass ich habe hier neun fisch gesammelt ich habe gestern den ganzen abend hier mit angel verbracht davor glaube ich auch schon da kann keiner der art raus das zu man hat hier fix alles geholt wahnsinn ein skala wenn du das sagt screen würde ich dir mal so glauben ich habe keine ahnung ich kenne goldfisch und ein paar arten ich weiß auch was ein clown fisch ist dank immer nicht dori nemo und da hat es ungefähr auf wir brauche ich aber auch nicht normalerweise alles gut ich komme klar danke der nachfrage ich hatte früher ein großes aquarium ja okay ich nie wollte ich mag einfach keine fische auch optisch einfach nicht außer haie cool aber da brauchst du ein großes aquarium für für die meisten haie nicht der typische fisch für das aquarium ich habe von fischen gesprochen der fin ist kein fisch natürlich kein meeres säuger differenzieren bitte differenzieren so viel wortgewandtheit und eloquenz wollen wir hier schon einen tag legen ja 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 wir haben doch jeden intellekt intellektuellen stream so wie kann ich nicht ist egal wir lernen ja alle noch wissen was zum beispiel ein skala bei einem namen skalame nicht neu ist aber ich hätte es nicht sagen dass es ist tatsächlich und wächter mit jedem geld behalten aber der ist neu auf welchen er weg geben würde weil er eben ein goldener ist aber es war ja noch keinen neuen lk einen normalen davon habe und ich weiß nicht damit vielleicht ein tolles gericht machen kann behalte ich den natürlich fürs gericht gegebenenfalls und da guck mal durch habe ich erwartet weil er sein können hätte ich auch sein können wir haben auch wieder hier von 29 für nächsten danschen post ist auch dringlich ausreichend wobei ja unser leben langsam deutlich höher werden mehr wert als die somit ich damit heile aber geiler wäre es wenn es prozentual was hoch und heilen würde tut es aber nicht aber ist nicht so schlimm wie da mal kein level ab hier traurig 5000 griller wir nähern uns summe x summe x für ich weiß auch nicht was das feine sein soll aber zum x halt so nix neues aber woher auch ich brauche das uferbiom level 3 vor allem ich weiß auch nicht das uferbiom sieht das breit maximal groß aus vielleicht heißt level 3 dann an der stelle einfach dass ich da nicht mehr sondern schneller ernten ja das ist geil da schneller geendet werden kann natürlich super mega mäßig wäre ich weiß es halt nicht local futter volume futter ja wohl aber der smoker ach siehst du ganz vergessen smoker und was brauchen noch länger als einen tag super ist das was wollte ich ich wollte dies und jenes futtermacher nächste runde ich bleib mal dabei nicht dass wir wollen ich kann mir ja auch kaufen notfalls aber hier einmal ich habe quasi hier noch acht und vier quatsch doch 32 futter mit drin das ist okay es will ich auch so haben das soll so machte was das was matri dunkle grüße hey wie hast du eine neue farbe vom chat namen was soll es mal rumpeln angezeigt hast du hast du gerade naja schickies würde ich meinen ja okay cool 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 also keine anzeige fehler was habe ich auch gelegentlich mal das ist mal irritierend dann aber soweit geht es so gut ich hoffe dir auch mal wie jetzt ist schuze ernten cette idee mein rad da soll sicke end ein fahrer doch viel tomaten hier und erst auch nicht bekomme sehr schön weiß ich weiß ich weiß aber auch man muss ja das ist das geile dazu betagen ich will das wieder mal loslaufen die neue samens holen ich habe alles voll falls alles wiederkehren das natürlich auch extreme vorteil davon ist klar das ist schon geil so der kann weg also erstmal behalte hier vorne wieder viel kann alles weg davon noch eine ja habe ich dann kann das alles weg ist es gibt geld das geld leute das geld lecker geld gestern war ein kleines konzert und spontan ach so und spontan natürlich wo war es ja gewesen matri hat gab's diesmal schönes die verbindung langsam könnten die ersten platzen auch fertig sein sieht doch ganz gut aus sieht doch ganz gut aus aber ich glaube es ist kurz vor fertig aber es noch nicht fertig oder noch nicht ganz okay aber jetzt habe ich wie viel geld 5000 könnte jetzt noch ordentlich ufer wie jungs pflanzen kaufen denkt das läuft bravas auf metal glory hammer und beast in black letzte habe ich auch schon mal live gesehen fand ich okay nicht halb behalte aber waren ganz okay die arbeiten kann ich nur in dem namen nach tatsächlich und was war davon hauptband gewesen was war support act krass möchte ich von oben bekommen sind beeindruckt aber auch schön dass jetzt hier wirklich während der missionen ich wollte zum nächsten boss gehe der schön mein essen auffüllen kann alles mit allem drum und dran sehr praktisch sehr praktisch dürfte ich weil ich gehe mal ich habe ja ganz viel zeit doch jetzt hier nichts gießen müssen ich mir ein zwei gerichte machen kann ich weg abgebe irgendwo wäre natürlich nett support act war brav ist a battle in glory hammer okay waren co hat co hat das heißt das noch eine hat bedurte post drei bands genannt co hat heißt es und viele wenn gegeben haben muss die auch headliner war quasi tomaten käse die tomaten caprice und ne mehr fleischpizza okay mal kurz nach hier sehe ich das nicht mehr fleischpizza neun vier seiten dann hier auch nicht käse tomaten caprice aha und dem ja auch sehr schön bei also gleich zwei sachen auf einem schlag läuft sehr schön jetzt ordentlich geld der beides zum abgeben offensichtlich sehr schön also das ist das ist hier auch hier sich kann doch nur eins machen okay erst mal nur eins aber es ist schlimm das ist ja schon mal besser als nichts jeweils jura spieliger ist dann diesen black die haupt band waren es sieht für mich aus wie naja tomate mozarella aber ist okay denn die an beiden namen gesagt wird doch eher weniger begriff als dieser band da gibt es denn so nie mehr schatula jeweils abgeben die gerichte und uferpflanzen kaufen würde ich sagen richtig am plan gut 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 und ab morgen geht es dann wieder richtung story würde ich sagen ab nächsten tag welche nachricht nicht welche denn matri warte ach so dory hammer und so bist du mit dem gast so ach so ach so das unterlich überlesen okay okay sorry zack also ich hab's wohl gelesen aber ich habe das eine wort überlesen ja dass das war nicht so stehen als anderes verleumdung und rufmord ich müsste ich wirklich laufen da komme ich hab mehr zeit wir haben tages eilt wie üblich was soll das dann wo habe ich schnell heute wird auch normal gehen können sich gerade gut egal wo aber nicht schnell war form 10 hier üblich turin als ob ich würde sagen ich habe mich da in der hinsicht ganz gut gebessert eigentlich lese nicht mehr so oft wichtige wird nicht wie früher noch vor einem halben jahr ich glaube es ist besser geworden oder 50 euro völlig fein ja es liegt in ordnung bei den drei bands 50 euro das ist okay 2.500 geil aber ja steht auch weil ich vier gerichte gebracht habe das gericht an sich ist nicht so so teuer das ist die anzahl an gerichte die das geld festlegt cool mächtig gewaltig egon noch ein bisschen mehr cash zum kaufen von lustigen sachen gefällt mir gut außerordentlich gut gefällt mir das müssen wir trotzdem noch nach schatola runter danke kurin so automat haben wir genug ich finde ich würde ja auch sonst andere sachen machen aber ich habe ja noch zumal das wächst alles noch ach wer da gar nicht hat 370 war es am laden billiger gewesen ich habe ja um zwei läden den wir ganz kaufen können oder wieder mal gucken hier da bin ich gerade kloppt die tonne sich oder morgen weiß kloppt nein doch nicht das hat zwei läden okay offenbar nicht gott umso besser kaufe ich mir alle 10 und auch geld übrig so ich habe nur karob für mein leben die wieder karobten sehr angenehm keine kroppen zu brauchen geben auch die kloppen von der profite profitabilität mit das schlechteste ausdrucken als der einzige vorteil die packsten in einem tag und dann fertig ist natürlich nicht verkehrt aber sonst brauchst du dir einfach nicht du brauchst die einfach nicht ist halt verhalten wir alles dieste kann ich was abgeben hier ganz vergessen dich davor aber wenn wir jetzt schon 90 tomaten fast haben bin ich optimistisch dass wir zum ende des sommers alle tomaten aufträge fertig haben da bin ich sehr optimistisch was sie auch dringend brauche denn viel mehr gibt sie gerade nicht gut warm aufwerten ist noch mal so ein ding das kriegen wir auch demnächst hin das passiert auch automatisch und das auch irgendwo ich könnte war für sie ist das habe ich auch lange nicht gemacht was ein verstärken einfach mal ich müsste bestimmt schon zwei level weiter kommen können damit aber es wird auch wieder ein bisschen teuer der rest passiert automatisch alles irgendwie beziehungsweise hier die drei testen nicht ermöglicht erst mal bis zum nächsten frühling ist ja klar ja komm glocken hopfen aber auch da was wird auch auf was war das andere hier 150 wird auch bei 150 landen wenn ich sogar noch mehr das schaffen wir auch nicht jetzt in einem sommer da bin ich ganz sicher da sehe ich noch nicht vor allem ja tatsächlich jeden tag gibt eine zitrone das ist immerhin was trotzdem wird es auch nicht reichen ich weiß nicht wie viel danach dafür fünf kommt idealerweise nicht so viel wie bei anderen sachen ich überlege gerade der knobloch ist in der ersten phase ich habe die erste phase einmal gesammelt und danach kann man die zweite das heißt erst kam eins dann kam fünf hier kam nach dem ersten 15 richtig und so war ich davon hier tatsächlich weniger insgesamt was gutes weiß braucht das viel länger er gebe durchaus sinn aber es ist alles nur spekulation gerade aber es läuft ja normalerweise meint das auch regelmäßig mit waffen verstärken aber da ich ja jetzt weiß ich kann mein geld an wo anderswo vielleicht sinnvoller ausgeben spar ich mir erst so lange wie möglich auf rein wollte aber du hast recht ich verstehe es völlig und normalerweise macht auch gleich stärker ist halt stärker auch immer nicht unfähig ist wenn ich gerne stärker take this take that take another one take the last hit oder was zum büten mit ein machen müssen da war aufladen gerade nicht wirklich nötig okay ab nach schatullah welche schon die haben habe ich natürlich so habe ich schon klar doch logisch also was denke ich doch ich mag regentage ist einfach nichts zu tun und das geil ist halt wenn du irgendwo nicht spick level 2 erst ist hier tag sozusagen ein regentag ne also nichts mehr selbst bewässern muss ist ja klar es ist ja ein farmspiel nichts neues außergewöhnliches revolutionäres aber man kennt es halt und es erspart einfach so viel arbeit ist schon angenehm beim sprinten ist egal jetzt das dann auch wieder anläuft weiß auch nicht wieso ich habe den knopf eigentlich kontinuierlich gedrückt gerade aber irgendwie da wohl den trigger nicht richtig behalten das schon wieder ich habe keine ahnung liefer war für 1000 bloß weil 1005 sogar ach so kurz sagen schlichter zaun vielleicht gab es aber jetzt mal gar keine gerichtsanleitung sondern andere für irgendein bauzeugs aber ja wir haben mehr läuft königstun tatar tom hum also offenbar brauche ich hier einen tun fisch hast dich nicht schon an tun fisch mal gefangen über ein tun mir war so da tatsache den habe ich habe noch kein gericht dafür gefunden kommt also auch erst noch aber heißt schon mal den brauchen wir weil noch mal was nicht überraschend ist oder so da 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 ich verspür ein leichtes kribbeln die story weiterzumachen jetzt weil ich das geld habe und ein bonus oben drauf aber nun kleines kribbeln es hat aber gerade größer so könnte ich mir auch noch holen ein müsstiges wie sobald machen ist erst mal nicht so wichtig doch hier netterer sagen aber gut gleicher preis nicht so schlimm was euch machen wir so was ist für 3000 habe ja das überschuss mega nicht so ich werde jetzt die 3000 investieren nicht besser zu machen ist egal es ist nicht so effektiv ich machen könnte das spiel ist klar ist völlig klar aber dass mir egal ich mache ich hier darüber zum festgeber und die zahlen sollte man einfach bis 30 ja mal daumen vielleicht noch ein bisschen länger kurien kann ich wirklich schwer sagen aber 19 30 bis 20 uhr so ungefähr ist die etwa angepeilte zeit wo ich heute mein stream beenden werde nach kurierter nach forschungsarbeit ich wollte eigentlich nur zwei stunden machen aber wie gesagt dann hat sich der sache mit dem besuch bisschen verzögert und entsprechend mehr zeit ja eigentlich war es für acht so angedacht dass wir heute spielabend machen jetzt erst 20 uhr erst entsprechend habe ich zwei stunden mehr wobei 20 uhr auch nicht ganz hinkommen muss es kann sein dass bis länger dauert als das dann sage ich auch das ist nicht ganz sicher aber bis 19 30 auf jeden fall noch doch das kann man sicher sagen denke ich mein preis bleibt bei 3000 griller bezahlt ihr oder nicht bezahlen wir haben es ja jetzt ich bin reich geworden mit farmarbeit ja mein schönes geld tut trotzdem ein bisschen weh eine freude mit euch geschäfte zu machen ich zeige euch den weg wenn ihr soweit seid ihr bescheid mein name ist übrigens brakker versucht ihn euch zu merken brakker schließt sich uns an ja so und das weckt eine latente kraft in mir pass auf ja so ein zufall rächer ein auftrag mit physischen fernkampf angriffen bei dem fähigkeiten eingesetzt werden um zwischen feuer und eisschaden zu wechseln aber hatte physisch oder feuer und eis und trotzdem physisch jeden fall super geil er setzt jetzt für mich den magier der mag ist nämlich eine ok klasse aber der ist aber besser magier raus und der kämpfer hat immer noch ich finde die kämpfer durchaus in ordnung die diese anfangsklasse die ist halt ein typischer allrounder so ein bisschen also für nahkampf natürlich passt für mich und den rest mache ich nicht so gerne so bei eigentlich alles nettes nach oben an mich kann ich gemacht fühlte runter da steht kein detail da oder was ihr es doch als nebenfähigkeit haben welche skills anwählen pflanzung ja klar das ebenso umschalten ach so der macht der eines klima beides ok ach mensch tja fall bei der bus ja okay toll super timing das dazu kurie egal recht aber ich nehme sowieso her damit gruppe will ich auch wechseln tut mir leid aria war nett mit dir aber bracker ist einfach der spannenden schwarz und was soll ich sagen was soll ich sagen weil es war doch gewesen ich war nicht kämpfer ist der recher da ist der recher ja cool so aber das passt dann mache ich jetzt ein päuschen und wohlgemäckten päuschen ich weiß gar nicht ich sagen wir mal vielleicht zehn bis 15 minuten längere pause auf jeden fall bin dann gleich wieder da ich essen haben ich mache den stream auch nicht aus einer zeit das schön musik laufen für euch ich kann sowieso nicht speichern also dann sehen wir uns gleich wieder ich es kurz was und dann geht es noch ein bisschen weiter also gönnt euch auch eine kurze auszeit und dann bis gleich und dann wird dann ein bisschen weiter